Die empirische Sozialforschung ist in gewisser Hinsicht besonders, denn sie vereint zwei langjährige, doch recht unterschiedliche Wissenschaftstraditionen. Das ist zum einen die quantitative Sozialforschung, die sich stark an den Naturwissenschaften orientiert, und auf der anderen Seite die qualitative Sozialforschung, die aus den Geistes- und Kulturwissenschaften kommt. Lange Zeit gab es Streit darüber, welche dieser beiden Traditionen nun eigentlich besser geeignet ist, um soziale Phänomene zu erforschen. Inzwischen ist man sich aber einig, dass beides seine Stärken hat. Sie eignen sich einfach nur für andere Fragen und Ziele. Das ist auch der Grund, warum diese Entscheidung, ob man eher qualitativ oder quantitativ forscht, sehr früh im Forschungsprozess getroffen werden muss. Je nachdem, welche Ziele man verfolgt, ergibt nämlich die eine oder die andere Forschungstradition mehr Sinn oder aber irgendeine Kombination der beiden. Im folgenden Video möchten wir Ihnen die Unterschiede zwischen der qualitativen und quantitativen Tradition anhand einiger wichtiger Unterscheidungsmerkmale näher bringen. Einer der grundlegendsten Unterschiede besteht schon mal in der erkenntnistheoretischen Basis. Das heißt, in den Vorstellungen darüber, wie soziale Realität überhaupt beschaffen ist und wie man denn Erkenntnisse darüber bekommen kann. Die quantitative Forschung orientiert sich relativ stark am sogenannten kritischen Rationalismus und der nimmt zum Beispiel an, dass es eine soziale Realität außerhalb der persönlichen Wahrnehmung einmal gibt und dass diese aber nur über unsere nicht perfekten Sinne und andere Erhebungsmethoden zugänglich ist. Dass man aber dennoch versuchen muss, dass diese Theorien darüber zu bilden, dass diese Theorien allerdings nur wissenschaftlich prüfbar sind, wenn sie in irgendeiner Weise an der Realität scheitern können, also wenn sie widerlegbar sind. Die qualitative Forschung hingegen baut auf den Sozialkonstruktivismus auf. Wie der Name schon sagt, geht der Sozialkonstruktivismus davon aus, dass soziale Realität nicht einfach objektiv gegeben wird. Vielmehr entsteht sie erst durch das Denken und Handeln von Menschen. Sie ist sozusagen sozial konstruiert. Die grundlegende Annahme ist nun, dass man diese Wirklichkeit nur erfassen kann, wenn man auch die Innensicht der Beteiligten und Handelnden miterhebt. Das heißt, warum tun sie was sie tun, welche Bedeutung schreiben sie ihrem Handeln auch zu. Aufgrund der theoretischen Verankerung im kritischen Rationalismus ist es auch naheliegend, dass quantitative Forschung sehr oft theorieprüfend ist. Das heißt, die Ziele quantitativer Forschung sind in der Regel entweder explanativ oder potenziell auch quantitativ deskriptiv. Qualitative Forschung ist hingegen eher theoriebildend. Sie versucht, Gegenstände, über die wir noch wenig wissen, zu explorieren. Gerade weil quantitative Forschung theorieprüfend bzw. explanativ so oft vorgeht, muss sie in dem Fall auch sehr strukturiert erheben. Das heißt, die quantitative Forschung arbeitet stark mit standardisierten Befragungs- und Testsituationen. Und wenn es Beobachtung oder Befragung gibt, dann wird oft dieses in einem sehr geschlossenen Format gemacht. Zum Beispiel vorgegebene Antwortmöglichkeiten oder einen stark definierten Beobachtungsbogen. Qualitative Forschung möchte hingegen häufig die Innensicht der Beteiligten mit berücksichtigen und sie möchte auch Aspekte erfassen, an die man vorher vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Daher geht qualitative Forschung in der Erhebung sehr offen an den Gegenstand heran und arbeitet mit nicht- oder nur teilstandardisierten Instrumenten. Wenn man qualitative und quantitative Forschung hingegen in Bezug auf die Daten und Ergebnisse, die sie generieren, vergleichen möchte, dann wie der Name schon sagt, arbeitet die quantitative Methode sehr stark mit Zahlen. Es geht oft um ein Quantifizieren und ein Messen von irgendwelchen sozialen Phänomenen. Die Daten in der qualitativen Forschung sind hingegen Texte, Bilder oder Videos und auch die Ergebnisse werden dann in dieser Form dargestellt. Da muss man jetzt auch einhaken, dass die quantitative Forschung wohl auch mit Text, Bild oder Videomaterial arbeiten kann, aber im Laufe der Erhebung und der Auswertung geht es meistens in irgendeiner Form darum, diese Materialien zu kategorisieren oder in irgendeiner Weise zu zählen oder zu messen, um letztendlich Zahlen als Daten zu gewinnen. Aufgrund der Art von Daten, die man sammelt und der Art, wie man es auswertet, ergeben sich auch Unterschiede in Bezug auf den Umfang. Das heißt, in der quantitativen Forschung hat man eher größere Fallzahlen und man beleuchtet wenig verschiedene Aspekte, also die, die gerade theoretisch im Zentrum standen, für viele Fälle. In der qualitativen Forschung ist es genau andersrum. Dort haben wir in der Regel sehr kleine Fallzahlen. Das liegt einfach daran, dass sowohl die Erhebung als auch die Auswertung sehr, sehr aufwendig sind. Für diese wenigen Fälle schauen wir uns dann allerdings viele unterschiedliche Aspekte an. Das heißt, wir bekommen tiefergehende Einblicke in weniger Fälle. Was natürlich bedeutet, dass die Verallgemeinerbarkeit geringer ist, aber der Detailgrad der Ergebnisse höher. Weil sie auch unterschiedliche Fallzahlen haben, arbeiten qualitative und quantitative Forschung prinzipiell mit anderen Arten der Stichprobenziehung. Grundsätzlich versucht man in quantitativer Forschung eine Zufallsziehung zu erreichen aus der zugrunde liegenden Zielgruppe, auf die man Aussagen verallgemeinern möchte. Das funktioniert in der qualitativen Forschung schlecht, weil bei niedrigen Fallzahlen die Zufallsauswahl leider oft keinen Sinn macht. In der qualitativen Forschung arbeitet man daher mit unterschiedlichen Verfahren der bewussten Auswahl. Man muss auch sagen, dass das beides idealtypische Arten der Stichprobenziehung sind. Die Frage stellt sich natürlich immer, ob man im einzelnen Fall wirklich einen perfekten Zufall zusammenkriegt oder eine perfekt gut durchdachte bewusste Auswahl. Die zwei Traditionen unterscheiden sich auch sehr stark darin, wie sie Daten analysieren, also wie sie an die Auswertung und Ergebnisinterpretation herangehen. In der quantitativen Forschung, weil man mit Zahlen arbeitet, wertet man mit Hilfe der Statistik aus. Dabei geht es darum, zusammenfassende Darstellungen von numerischen Daten zu erstellen und sich auch ganz intensiv damit zu beschäftigen, inwieweit diese Ergebnisse von der Stichprobe auf eine Grundgesamtheit verallgemeinert werden können. Es geht also grob gesagt um eine Auswertung auf Gruppenebene, das heißt Zusammenfassung, Aggregation von Daten, um den üblichen Fall gut beschreiben zu können. In der qualitativen Forschung arbeitet man hingegen mit hermeneutischen Verfahren und Interpretation. Hermeneutik bedeutet nichts anderes als die Auslegung und Deutung von Texten, aber auch von Bildern, Videos oder Kunstwerken. Dabei setzen wir immer zuerst beim einzelnen Fall an. Wir machen also eine Fallanalyse, wo wir die vielen Aspekte, die wir zuvor erhoben haben, zusammendenken. Erst in einem zweiten Schritt gehen wir dann in den Fallvergleich. Wir haben jetzt diese Unterschiede zwischen der quantitativen und der qualitativen Forschung in ihrer Extremform dargestellt, so wie zwei starke Gegensätze. Tatsächlich ist es aber so, wenn wir einzelne Studien machen, dass wir uns selten hier ganz am Rand bewegen. Viele Studien sind hier irgendwo in der Mitte und mischen auch diese grundsätzlichen Herangehensweisen. So kann es zum Beispiel auch. Es gibt sogenanntes Data Mining, was nichts anderes als eine explorative, quantitative Forschung darstellt. Oder zum Beispiel, wenn Fallzahlen oder der Erhebungsaufwand sehr hoch ist, wie zum Beispiel in der Neurologie oder in sonstigen klinischen Studien, kann es durchaus auch sein, dass man mit kleinen Fallzahlen auch in quantitativen Studien arbeiten muss. Wichtig ist vor allem, dass man, wenn man diese Entscheidung im Forschungsprozess trifft, sich genau überlegt, was will ich denn überhaupt erreichen, was sind meine Fragen, was sind meine Ziele und wo setze ich die Studie am besten an, damit ich das auch erreichen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.